Wir dokumentieren heute den Jäger. Gebräut. Leck. Massaker. Was ist Massaker? Ja, schau hier. Schau hier. Ein Jägerbär. Wir sehen seine ausgefallte Rüstung. Mit den leichten Tönen und den... Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Propheten-Chiefs. Und brauchen Sie Ihre Hilfe? Ja. Hier sehen wir, wie ein Jäger zermetzelt, zerheckselt und gejagt wird. Und das Schöne daran ist, man kann eine halbe Stunde auch mit einem verrückeln und er geht nicht kaputt. Geil. Ach, wer ist da? Tosnig bringt ihn zum Tanzdien. Ja, Tosnig will mit ihm auftanzen. Das sieht man ja schon mal, weil du ihm da so ein dreckiger Jäger ist. Ich finde das so geil. Ja, ich sehe, wie man das. Mir auch. Also, ich habe keinen Grund. Jetzt nimmer. Danke. Ja, das warst du. Ja, ich. Ich habe mich da flach. Ich sehe, wie ein Schwer, wie ein Fränkstetter. Hier tanzen wir am einen, nicht egal. Ja, ja, da will ich mal den anderen gut auch noch. Ja, ich sehe, wie ein Schwer, wie ein Wissleider ist. Ich sehe, wie ein Schwer, wie ein Schwer. Schwer! Schwer! Nein, da! Das ist nicht der Schwer, wie ein Schwer, wie ein Schwer. Ja. Es sind. Ich habe auch Angst. Ich habe einen Schwer. Ich habe mich da. Ich habe einen Schwer. Hier ist der Schwer. Ja. Geld bringen, oder? Nein, nein, nein. Wenn du was dann wirst du das kleine Teil herhergen. Mal sehen. Ah ja. Da unten. Hat er liegt? Die haben uns geworfen und alle gequitzt. Okay, das war's. Bis zur nächsten Folge mit Tosnik und Tom.